Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu das TDFLP, hier euer Titel am Start. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass wir das jetzt schaffen. In dieser Folge schaffen wir das jetzt. Wir kommen jetzt zum nächsten Savepoint. Warum? Weil ich das so entschieden habe. Ganz einfach. Weil jetzt ist Schluss mit lustig hier. Oh mein Gott, fängt ja schon großartig ab. Wir schaffen das jetzt, Leute, wir schaffen das. Glaubt mir, wir schaffen das. Oh fuck, jetzt habe ich das Take genommen. Ich überlege echt nochmal, off-Video zu grinden oder so irgendwo. Weil das kann doch nicht sein, Alter, dass die uns so wegknattern. Das kann nicht sein. Jetzt überlege ich mir echt nochmal hier, off-Video. Wenn ihr das jetzt in der Folge nichts hört, dann versuche ich ein, zwei Level zu grinden irgendwo. Weil das ist... Das ist useless. Wir sind machtlos. Wir haben keinerlei Schanze. Hm, geil. Ja, muss man mal schauen, Alter. Also, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann gehe ich grinden. dann geht's. Ich weiß echt nicht, wie ich's machen soll, ey. Ich bin schon fast wieder tot. Leider nix zu fressen da, Freunde. Der Wolf macht aber souveräne 800 Damage. Ich glaube, man muss sich von hinten angreifen, diese Wichser, sonst blocken die einen. Ist er tot? Okay. Uh, nein, 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 nein. Nicht mich angreifen, der Popperort. Okay. Ey, da lauf ich genau in den rein. Da lauf ich genau in den Spast rein. Komm her. Ich schwör's dir, den muss man von hinten angreifen. Deswegen reich der mir auch an da und so hässlich aus. Okay. Ich stirb jetzt endlich. Jawohl, einen Kuchen haben wir bekommen. Na also, 700 Leben. Es wird doch, es wird doch. Es wird doch, es wird doch, es wird doch. Ach komm, Alter. Als ob schon die Kette so weit war, Mann. Als ob ich schon so rot war. Oh mein Gott, es wird, oh mein Gott, wir sind ja auf den Vorsprung angekommen. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Oh mein Gott! Wir kommen voran, Leute. Wir kommen langsam aber sicher voran. In der Ruhe liegt anscheinend doch die Kraft. Das war ne knappe Geschichte, muss ich jetzt ehrlich gesagt. Alter, das ist viel davon. Sie droppen alle so behinderte Blueprints, man. Sie droppen irgendwas zu puttern, ey. Was ist los mit euch? Stürmen. Böse nicht. Lol, oh mein Gott, da sind ja immer noch welche. Ich dachte, die sind alle tot. Und wir sind gestorben. Ich glaub's nicht, Alter. Ich schwör's euch, ich geh grinden, ey. Das ist doch behinderte Scheiße hier. Mann, da kommt man nicht durch, ey. Man muss Level 100 sein, um hier irgendwie durchzukommen. Das ist unmöglich. Du kommst anders nicht durch. Die ficken deinen Kopf, du brauchst 50.000 Leben. Jetzt schießt du 10 Minuten an einer Stelle, dann ficken die trotzdem deinen Arsch. Weil die anderen auch deine Wichse blocken, weil nicht einmal erklärt wurde, wie man gegen diese Spasten vorgeht. Fuck you. Fuck you all. Ohne Witz, Alter. Richtig scheiße einfach. Fuck. Hör, ich spalte jetzt. Cool, ich weiß nicht, wo ich den Damages bekommen habe, aber war cool auf jeden Fall. Wieder massiven Sinn gemacht. Burger, geil. Futter. Wo sind die Gegner? Ich brauche Gegner. Futter. Futter. Ich check das nicht. Wie kann der mich da in sowas treffen? Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht verteidigen, wenn ich einen werfe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Oberfläche stimmte. Ich weiß nicht. Wird schwierig, ich mache es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hat gerade Sinn gemacht, dass das so hängt. Ja, war gut. War gut, war gut. Haben wir jetzt wieder eingekriegt? Sehr gut, sehr gut. Einkriegen ist immer gut. Wie ich das in 10 Minuten nicht schaffe, Alter, easy, Mann. Oh. 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 Futter, jo, ich brauche Futter, ich brauche Stuff, Mann. Das droppend. Viel zu wenig Consumables. Viel zu wenig für so ein Gebiet, Mann. Level Design glatte 5, ey. Für sowas. Vollkommen unüberlegt. Auch Gold Drop, richtig fucking low einfach nur. Ich schaffe das nicht im Leben, ey. Ich gehe mir gleich die Geine abgriben. Sterbe ich mit der Aktion? Ich habe fast gestorben. jetzt kann der Aktion. Wow. Was ist das? Was ist das? Das geht mir richtig auf den Sack, der Typ hat mich vorhin auch schon getötet. Das macht mein Zeug auch gar nichts aus irgendwie. Oh, ich bin Alden. Was ist das? Oh, ich bin Alden. 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 Alter, ich sehe nichts, Mann. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott. Wir reggen jetzt wieder unser Leben in aller Ruhe. Beim nächsten Mal sind wir wieder fast voll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.